Er hat ne Erstmal looten, komm wir gucken mal hier hinten, hier gibts auch noch was Die Leute waren bestimmt alle müde, no alcohol vor allem Komm mal vorne in den Eingang Die kommen hier nicht rein, mit dem Aufzug, ne 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 Mit dem Aufzug soll ich mich kurz ansehen Hier sowas passt da besser So besser? Ja, auf jeden Fall Mit dem Polo am Start Weil mit der Flieger oder so Kann man die eigentlich echt zu allem kombinieren? Wo ist unser Heli? Weg 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 Verkaufen oder wollen wir dann erst mal Fernsehen machen? Ja, wenn wir zu dritt sind, wäre es nicht schlecht, wenn wir verkaufen können. Wenn ich wieder schon da. Nur wenn wir wieder fliegen, dass es da wieder nicht zu irgendwelchen Unstimmigkeiten kommt. Weil im Moment muss es uns echt nicht erlauben. 108.000 können wir uns nicht durch die Lappe gehen lassen. Jeder andere wird einfach über das Grüne drüber gefahren. Er fährt drum rum. Aber ich kenne es ja so. Was ist denn hier passiert? Aber jeder lässt hier jeden machen. Das finde ich ganz gut. Ich habe gerade ein Helikopter oder Passer bestellt. Wir sind echt relativ viele. Also wenn das hier klappen sollte auf dem Server, dann kriegen wir richtig gut Geld. Vielleicht wollen die dann einfach selber Missionen machen und wollen dann ihre Ruhe. Also nicht. Der Arsch hat nicht geblinkt. Wie kann man hier blinken? Ich hätte mir manchmal echt keine Wünsche zu blinken für mich. Eine Nummer für Sie, Mann. Nein, die sind weggefahren. Ja, das ist billigere Clubhaus. Das ist ja die billigere Fabrik gekauft. Das ist ja die billigere Fabrik gekauft. Huber, Huber! Was? Was? Heißt du? Nee, nee. Klar, Cook, es wurde warm aus dem Kokain-Lappen vom Motorrad gekauft. Deswegen haben die uns gehen gelassen. Die haben selber verkauft gerade. Mhm. Ich muss mir sagen, das ist zu gut, weil ich halt jetzt halt jede Frage bin. Ja, weil wir ja gerade Vorrede holen wahrscheinlich deswegen. Aber Cook wollen wir sparen. Ja. Ja. Wir sparen halt jedes Mal 50.000, wenn ich das stehe anstatt es zu kaufen. Hm. Hast du 75.000? Ja. Wunderlich. Ja, wenn du es schaust, dann rächtest du ja gar nicht. Hast du dann schon so alles? Ja. Das ist nur ein Vorrat. Ja. 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 Das ist ein Tor. Ja, das ist ja schon. Ich glaub jetzt schon abgegeben. Was ist denn hier? Das jetzt mal? Aber wir kannst dich auch schon mal auf den 10-WM Also du garstiger, garstiger Mensch, bist doch noch da reingefahren Was? Wo? Was soll denn das nur weitergehen? Weißt du, die eine so ein schlankes Outfit und der andere voll der Galeaut Ich bin... Ah, ein Eiernack, ist wieder ab Ich schaue mir gerade 30.000 Ich bin... 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 Was ist die Straße? Du hast den Kassel oder so? Mach mal da weg. Hat keiner gesehen? Nee. Du bist schon wieder in den Gefahren. Was? Bei dir nicht? So was bei mir schon. Bei mir nicht? Warum? Was ist das denn bei dir? Die waren in der Mitte. Euro? Komm mal her. Was ist das für ein schwules Kackerl? Den wollte ich auch nehmen. Was ist das für ein Schwuchtel? Räumer. Was ist das für ein Schwuchtel? Was ist das für ein Schwuchtel? Habe ich nicht ein hübsches Fahrzeug? Was ist das für ein Schwuchtel? Was ist das für ein Schwuchtel? Cаntree! Lass uns auf. Jaja, jetzt ist das für ein Schwuchtel, wo es nicht ist. Jetzt flieg ich wieder. Kann das eh besser. Heißt du? Kann ich hinnehmen. Der passt besser zu unseren Outfits. Ja, ich wollte schon sagen, der andere Rote da. Der passt besser zu der Farbe deines... Auges. Was? Ich wollte gerade sagen, der andere Flieger. Aber dann habe ich gedacht, das ist wahr. Ich habe gerade etwas anderes gerechnet. Eigentlich hätte ich mich aber zu wichtig gewundert, dass du das gesagt hättest. Nein, das hätte ich nicht wahr. Deswegen. Das ist ja ziemlich beruhig dazu. Du hast was so lustig gefunden. Du findest doch alles lustig. Viel. Nicht alles. Flughafen! Das ist nicht lustig. Aber es gibt auch wieder Sachen, die ich überhaupt nicht finde. Guck mal, da ist ein Flughafen. Da hinten ist ein Flughafen. Ja, du musst auch ein Flughafen. Ja, du musst auch ein Flughafen. Ja, du musst auch ein Flughafen. Hm. Oh, ich bleibe zum Flughafen. In deiner Stadt. Ne, das war beim Flughafen. Das wäre da, äh, beim Gangstopp in der Nähe gewesen. Hier. Hm, hm. Kannst du ein Flughafen? Okay. Ja, und die anderen hatten, glaub ich, mit Raketenwerfen, die ganzen, mit Raketenwerfen, die haben ja doch, die ganzen anderen Sachen kaputt geschossen. Da konnte ich nicht weg. Was weiß ich nicht mehr. Vielleicht, glaub ich, erst auf dem Server drauf, weil ich nicht so lang kann oder was. Ich glaub, ich bin sogar auch gut draufgekommen, weil mir das nicht total langweilig war, weil ich nicht wusste, was das machen würde. Ähm, ja. Und dann war dir nie wieder langweilig. Dann war mir nie wieder langweilig. Dann war ja nie wieder ein bisschen da hinten hin. Ich wollte doch mal probieren, ob ich hier oben drauf landen kann. Nein, kannst du nicht. Huiiiiiii. Warte, warte. Warte. Huiiiiiii. Da bin ich gekommen. Ja. Da fliegt es. Platz. So weit. Ja, aber wenn's mit dem Schuss rauskommt, dann... Jetzt wieder oben drauf kann ich auch landen. Nein, Janina, jetzt hasse es. Ja, mach weiter. Bring Eurofighter um. Oh, ja, ja. Ich bin irgendwie anders. Man, gleichzeitig Motorrad fahren und Clash Royale zu spielen, ist so doofe Idee. So, aber du bist auf der Laden dritt. Kann mich jetzt bedingt. Ist so gut an. Nein. Huiiiiiii. Ob ich da oben auch landen kann? Guck mal, du weißt für was das Haar da unten steht. Für Hans Wurst. Was? Für Hans Herbert. Haha. Was ist doch haha? Hans Herbert. Kannst jetzt aussteigen. Wieso soll ich das tun? Du kannst jetzt aussteigen. Guck mal, hier sind blaue Lampen. Uuuuuhhhhhh. Uuuuuhhhhhh. Uuuuhhhhhh. 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 Kann ich mich da draufsetzen? Nein. Nein! Mach es lieber nicht. Boah, weißt du noch dieses Video, wo sich einer auf die Flasche gesetzt hat? Was? Welches? Es gibt's tausende. Also wir höhlen andere Sachen drauf. Also eigentlich Sachen, wo sich Leute auf Sachen drauf gesetzt haben. Eine Flasche. Geh mal da weg. Das brauchten wir doch, oder? Ja. Das auch. Ha! LSD, now hiring, short career, high retirement, full pension, free gun. Hauptsache, free gun. Nein, nein, nein. Was machen da und wir diese Spezies? Was treiben die denn? Was treiben die denn? Auf geht's. Wir haben noch 35 Minuten Zeit. Mit mir ist dann gar nicht. Biz mehr. 05. Und das hat das ein Bild. Alles. Holy shit! Hast du einen Unfall gebaut? Nee. Warum sollte ich immer einen Unfall bauen? Weil du das Geräusch gemacht hast. Das kann ich so nach Warte auf dich. Dann will ich nicht wissen, was es weiter heißt. Jetzt habe ich einen Unfall gebaut. Marc, bleib mal stehen, komm mal zurück. Warte. Kannst du mal auf die Polizei schießen, wenn wir nachkommen? Ja, eine sehr viel bessere Idee. Ich glaube, die Polizei ist ein bisschen abgedeckt. Ich bin ein bisschen abgedeckt. Ich benutze immer die anderen Fahrer auf der Autobahn. Ich schieße denen einen Platten und dann rutschen sie den Polizisten meistens rein. Das Motorrad fährt sich wie Pac-Man. Hast du schon mal einen Pac-Man gefahren? Na klar. Miss Pac-Man. Kann sein, dass er auch schon bis Pac-Man gefahren ist. Oh mein Gott. Wenn sie auf ihm fahren. Wie er es einfach abgibt mit dem Platten. Ich habe hier gerade ein ganz kleines Problem. Ich auch. Ich kann nicht mehr lenken. Ja, besser ein kleines als ein großes. That's what she said. Sie ist tot. Ist das klein besser als groß? Keine Ahnung. Du hast es doch gesagt. Naja, aber du hast ja nicht gesagt, was she said. Ja, weil es sich so angehört hat. Schätze, was she said. Was? Ach, ein Kilometer bei dir? 2,8. Jetzt nochmal so eine Frage, ne? Mhm. Wenn ich im Berg drinne bin, wie kommt man am besten raus? Ein Glitzschatten, wie man wieder rauskommt. Oder ausziehen, ja. Und dann, mit der Kamera film, und auf YouTube hochladen. Die Klicks, hast du garantiert. Wandern ist nicht gesund für euch. Hello, you're through to Mary Weather Security Consulting. Goodbye then. Wir sind zwei, die haben gewandert. Auf einmal haben sie gebrüllt und sind umgefallen. Ja, Brülltest. Brüller des Todes. Wir fahren zur Bank. Are you through to your garage, will you, eh, me to bring your ride bring? ich bring it to ya? 1,6 Hast du gesehen, wo ich lang gefahren bin? Nein Du bist durch die Abkürzung genommen, ja, ich hab's gesehen Aber ohne Unfall Aber dafür davor 1, 2 Oder 3 1, 2 2 Ich bin sicher, dass es 3 waren Ja Ich musste zwischendurch 2 Wanderer töten Die haben Radfahrer Nein, das ist anders Das sind eh Schweine also Ich fand Schnee hier voll geil, einfach wie schön man gerutscht ist Ja, du rutschst Sterne Na klar Erstmal schön gegenseitig reingefahren Wie sich das gehört Ja Muss ich mir merken, komm drauf zurück Was kommst du drauf zurück? Ich weiß nicht, ob das müssen wir hier verkaufen Mal einladen anstatt mit FIFA oder so Auf jeden Fall Boah, ich fang immer an zu schwitzen bei GTA Ja, das ist ganz schlimm Ja, musst du weniger bewegen Bei FIFA ist es ja schon schlimm Aber hier ist es Weil du nicht Ja Ich steh extra hier da Wo ich nur stehen darf Das ist mein Einfaches Radmeter Ja Machst du mit in den Quadratmeter kommen? Ja Warte, ich muss ein bisschen faszinieren Ja Das ist ein bisschen die falsche Richtung Bist du den Kerl da auf dem Stuhl? Ja Das ist der nächste Warte Warte Der ist aber noch nie Jetzt lege ich alle da hinten mit den fettigen Haaren Ist bestimmt überall so fettig Boah Warum willst du die nicht? Ich bin ein Urwald oder was? Ich bin bestimmt noch ein Urwald Warum willst du sie nicht? Weil die Landebahn frei sein muss Findest du sie nicht hübsch? Hä? Warum? Ich bin zu kräftig Ich bin einfach ein bisschen zu kräftig Und zu alt vor allem Gut sie ist ja unvorteilhaft gekleidet Wieso? Gebe ich zu Es ist quasi ihre Dingsbetont oder was? Ihre Proportionen, ja Ja Wollen wir dann hier die Mission eigentlich machen oder auf dem Anfang selber? Ich würde sie vielleicht woanders machen, aber wir müssen ja eh noch einen Moment warten Naja Na gut wollen wir in der Tat noch ein Rennen fahren? Alles klar Drei Zwei Eins Äh Von was bin ich euch reingekommen? Ja Ich mach dann die Rennen Ich mach eigentlich immer Also nochmal Drei Zwei Eins Zwei 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 Meeting Zwei Seine Zwei 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 Soll ich Hausten oder Suchen? Sonntag. Nicht mehr krank werden. Das war mies. Nicht mehr krank werden. Nee. Ey, wie geil ist denn das? Da wir sind, ist alles voll. Janina, steig mal aufs Motorrad, krieg dann X und linke Maustaste, aber keine Waffen ausgeritzen. Schau dir meine Angriffe an. Ich spiel mit Gamepad. Achso. Wenn du da noch Hackenstiefel an hast, taucht dir das richtig weh beim Vorbeifahren. Boah, ich brauch'n Fußgänger. Boah, ich brauch'n Fußgänger. Danke, unlucky kam. Boah, ich brauch'n Fußgänger. nicht beitreten jetzt sag ich, wenn ihr beitreten müsst dann holst du doch einfach ein dann hat der Kammerjäger einen Auftrag gelegt und hat der eine Schlange zugeguckt bis die andere gerade gefressen hat cool das war der Auftrag umzuschauen ne eigentlich die auszurotten aber er ist hingegangen erstmal schön zu gucken ok jetzt beitreten bei der Einladung so du musst links einladen und dann musst du das ist ja bei mir nicht online einladen uns draußen einmal neben hab ich Ladehemmungen hier im Spiel dann geht es ok du ich wurde aus dem Job rausgeworfen ich hab keine Verbindung zu Rockstar ich bin auch gerade rausgeflogen glaube ich wurde aus dem Job geworfen ja bei mir auch wahrscheinlich weil der Host vielleicht auch gehört hat ne ich kann auch ganz unterschiedlich über mir speichern fehlschlag obwohl ich eine aktive internetverbindung hab kann sein dass die Server gleich da unten gehen ne ne hatte ich gestern anschauen ich bin jetzt wieder gut glaube ich glaube ich dadurch noch mal ein 1 einander einiger nachgefangen es wird die erzauber ein ja ich bin alt sie hatte jetzt gemacht Ich kann ihn nicht annehmen. Netzwerkfehler. Was denn? Wollen wir dann trotzdem drin bleiben? Ich hab mir jetzt noch mal was geschickt.